Die Welt befindet sich inmitten einer digitalen Transformation. Die damit einhergehenden Veränderungsprozesse verändern nicht nur gesellschaftliche Strukturen, sondern auch wirtschaftliche Abläufe nachhaltig. Angehende und bestehende Führungskräfte müssen ihre betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten also um fundiertes, digitales Know-how erweitern. Wie Führungskräfte ihr Unternehmen erfolgreich durch den digitalen Wandel navigieren, wird im Rahmen des MBA Digital Transformation untersucht. Der MBA Digital Transformation der E-Learning Group in Kooperation mit der Fachhochschule des BFI Wien ist als berufsbegleitendes postgraduales Masterstudium ohne Präsenz konzipiert. Dabei bildet die Praxisrelevanz der Lehrinhalte eine entscheidende Grundlage. Inhaltlich befassen sich Studierende eingehend mit digitalen Geschäftsmodellen und der Frage, wie Prozesse, Innovationen und Wissen im digitalen Zeitalter erfolgreich gemanagt werden können. Das Fernstudium zeichnet sich durch höchstmögliche Flexibilität, Mobilität und Qualität aus. Der MBA Digital Transformation richtet sich nicht an IT-Spezialisten, sondern an Unternehmer und Manager, welche ihrerseits hauptverantwortlich für die Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Veränderungen sind. Die Inhalte des MBA Fernstudiums machen Führungskräfte fit für die digitale Transformation, indem sie vorhandene betriebswirtschaftliche Fähigkeiten ausbauen und diese vor dem Hintergrund der Digitalisierung eingehend beleuchten. Der MBA Digital Transformation kann vollständig online absolviert werden. Sie lernen also, wann und wo Sie wollen. Und Prüfungen? Die legen Sie einfach online ab. Den Zeitpunkt dafür wählen Sie selbst. Ohne jegliche Vorankündigung oder Vereinbarungen mit unseren Studiengangsleitern und Dozenten. Dies ist durch unsere zuverlässige eProctoring Software möglich, die einen sicheren Prüfungsablauf gewährleistet. Damit ist der MBA Digital Transformation besonders geeignet für Personen, die aufgrund ihrer beruflichen oder familiären Situation wenig Zeit für ein Studium aufwenden können. Ihr MBA Fernstudium absolvieren Sie, ohne einen Tag an einer Universität oder Fachhochschule verbringen zu müssen. Dabei bieten unsere vielseitigen Lernmaterialien für jeden Lerntyp den passenden Inhalt. Ob Skripten, Lernvideos oder interaktive Übungsbeispiele, alles, was Sie für Ihr Studium benötigen, haben Sie über den mobilen Online Campus stets bei sich. So lernen Sie effizient und bestimmen Ihr Lerntempo selbst. Genau dieses effiziente didaktische Konzept sorgt für eine kurze Studiendauer. Ihren MBA schließen Sie bereits nach 18 Monaten ab. Der Titel MBA oder Master of Business Administration ist weltweit anerkannt und führbar. Ich würde es grundsätzlich jedem empfehlen, zunächst ein Erststudium zu machen, dann einige Zeit im Unternehmen zu arbeiten und dann im Anschluss daran ein MBA-Studium durchzuführen, weil durch die berufliche Praxis hat sich vieles aus dem Erststudium relativiert und man nimmt die Inhalte in komplett anderer Form auf. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich glaube, dass diese Form der Weiterbildung für jeden Mitarbeiter, für jede Mitarbeiterin eines Unternehmens absolut geeignet ist. Unser Fokus auf hohe Flexibilität zeigt sich bereits bei der Anmeldung. Sie können Ihr MBA-Fernstudium über unser Online-Anmeldeformular jederzeit starten. Unsere Experten beraten Sie schon vor der Wahl Ihres Studiums persönlich und unverbindlich. Während des Fernstudiums können Sie außerdem jederzeit Kontakt zu Ihrem Studiengangsleiter aufnehmen. Bei Fragen zu den Funktionen der Lernplattform hilft Ihnen unser Support-Team unverzüglich weiter. Um einen ersten Eindruck zu bekommen, können Sie kostenlos und unverbindlich einen Testzugang zur Lernplattform anfordern. Dieser steht Ihnen zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. Für ausführliche Informationen sind unsere regelmäßigen Online-MBA-Info-Abende eine hervorragende Informationsquelle. Dort erfahren Sie alles zu Ihrem MBA-Fernstudium und können uns bei Bedarf direkt Fragen stellen. Einfach und bequem von zu Hause aus. Machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriere mit Ihrem MBA-Fernstudium. Wir freuen uns auf Sie!